Hallo, das ist Naruto1286, herzlich willkommen zu Assassin's Creed Odyssey Part 275 Und auch alles lassen wir entdecken wieder So So Erstmal kurz zum Mach schon So, jetzt lassen wir schon zum Schmied Ah Ac parlé Ac масс so 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 Oh jetzt legen wir ihn nicht auf Wir wollen den Kachliner So 5 und davon den kurs gebrauchen warte so hm jetzt haben wir den schon mal dann hier was wird besser so verkaufen kann man was hier unten so bitte Rack von Nacht dein Herz verlangt bis sie mit der Wecker drauf hm hat er es dir gesagt irgendein Macke so warte so dann machen wir das ähm hey wer hat das denn als nächstes mit verstärken was wir hier haben das hier oder den hier da hast du ein bisschen mehr wer hier mit ernsthaft hm was sollen wir mit noch mehr Speere die werden nur im Weg sein naja ich habe lieber eine Axt in der Hand hat ja geht ja ja auch ja ja haut ab hat auch die dummen menschen ok sinds knallt ja 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 dann woher trocho sowas noch ein bisschen aufmucken müssen kann man das auch hier hoch so aufrufen aufhören so Was ist das? Ich schätze. So. So, hier gibt es erstmal Ruhe, ihr Panner. Okay. Ich bin hier schon am Abmutzenden gerade. So, dann wird der auch abgemurkst. Hört mich hier. Hm. Ich glaube, dass alle hier am Abmuxen sind, das ist so genial. Okay. So. Äh, die Fähigkeit, warte mal. Ach, wie ich hiermit ist. Oh mein, Leoparden, Löwen oder Luchse. Es kann immer nur ein Willes-Tier auf einmal gezähmt werden. Halte X gedrückt, um die Tür zu zähmen. Zähme bewusstlos. Zwölfe. Hm, es kann immer nur ein. Aha, okay. Da macht mich schon noch keinen. Was? Was, Brandes, Schuto? Was willst du, Brandes? Wieder in den Liga. Hm. 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 So. Dann hören wir wirklich auf, dann hören wir aber wirklich auf dem Spiel aufnehmen, weil, das schaffen wir trotzdem bis 80 und gucken und wir dann trotzdem noch bis 80 und dann weiterkommen. Weil, da haben wir ja schon mal ein paar, die wir aufgenommen mitgenommen haben, das sind dann auch. Hm. 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 So. So. weiter geht es perfekt hier runter ich lasse dort schon waren das gebiet wird gut bewacht ja das ist schon für die wo wir in den gebiet wo wir ja nicht rein der hier für schöne ausrüstung was kann ich für dich tun ich werde gleich sehen was du für mich tun kannst du nicht sehen was du hast ja ja so das ist schon das was wir brauchen können ja ja fälle und genug kohle fahrer von denen heißen ist wichtiger also noch die Gruppe auf Eisen haben so so jetzt glückchen wieder rein natürlich so 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 haben wir da von gegner ressourcen ein bisschen weniger was und das kriegen wir dann wieder rein am ende gut dann bin ich jetzt hier ein paar wir sehen uns im nächsten party dazu bis später